Oha, da ist eine Spinne. Puh, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Schnauze da, wow, Schwein, was willst du tun? Das ist natürlich doof, wenn das so ein Hebel ist, merke ich gerade so. Schnell, hier, mach. Achso, da, zack. Was mache ich denn hier überhaupt, hä? Ja, oh. Wo ist Ikki-Nikolos? Da, fuck, ich komme da gar nicht durch. Schnauze da. Ja, die sehen extrem doof aus. Mittel. Das ist der Einzelschuss und das ist so ein, ich nenne es mal ein Massenangriff. Ich mir, glaube ich, im Moment lieber, habe ich irgendetwas, Beschleunigung alle. Ja, komm, mach schon mal hier, Beschleunigung. Ich wünsche, ich könnte dieses einlullen für alle. Das kann ich jetzt noch nicht. Scheiße. Da brauchen wir in den Fall langsam. Halte die Fresse. Halte die Fresse. Kriegen sie erstmal alle eins an der Fresse. So, welcher ist denn der da? Was ist der hier? Ja, 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 ja. So, wer kriegt jetzt eins? Wer will, wer will, wer hat noch nicht? So. Nein. Unterbrauch, natürlich. Natürlich. Ich will hier den Massenangriff. Ich will, dass du jetzt Massenangriff machst. Du alte Pfeife. Nein. Alter, ich komme hier zu gar nichts. Diese verkackten. Drecks. Spinnen. Komm, das ist schon geschmaltig hier. Ich kann gerade gar nichts tun. Ja, Robert ist tot. Robert, nein. Ja, komm. Verkackt. Scheiße. Spielend. Ja, lass mich in Ruhe. Ich wüsste gerne, wie ich diese Kacke da hinten auseinander gebostelt kriege. Oder muss ich im Ernst diese Scheiße da besiegen? Ich will jetzt erstmal zurückgehen und was schauen. Hallo Schwein. Ciao Schwein. So, was soll ich nicht? So, was soll ich nicht? So, check ich jetzt nicht. So, war ich schon hier unten? Da ist noch eine Seite. Ja, ich sollte mich hier erstmal nochmal umschauen. Die Kammer. Wir müssen hinein. Aurora, nein. Bitte helft mir die Kammer. Zauber. Äh, den... Der Kammerzauber zu brechen. Gott. Oh, und das ist alles für ein Karriereversprechen? Nein. Ja, meine Zukunft hängt davon ab. Du lügst. Ihr wollt die Wahrheit? Ich... Ich... Ich tue... Nun... Ich tue es nur für... Margarete. Ihr Anblick ist einfach unvergleichlich. Das Haar und die Locken sind... Äh, sie wallen... Reichlich. Ihre Augen glänzen und... Ihre Fältchen sind göttlich. Ob... Seitiges Fell oder... Niedliche Pfote... Wohin man... Auch geht... Kein... Bulmus... Ist so toll wie... Margarete. Erobern... Wir die Kammer zurück... Ernte ich Ruhm und Glück. Eine Beförderung wird man mir... Gewähren... Und Margarete... Mich... Ein Leben lang verehren. Was macht er jetzt? Hä? Äh... Robert hat die Gruppe verlassen? Du, 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 du... Was soll ich jetzt machen hier? Das kommt mir schon wieder bekannt vor... Aber da fehlt doch was. Hä? Oh Gott, muss ich jetzt denken? Ich hab überhaupt nicht nachgedacht. Ich hab einfach gemacht. Hä? Der Populus... Ne... Populi... Der Populi-Herz ist... ...zurück gewonnen. Jetzt wird Margarets Herz... ...im Sturm gewonnen. Auf das... ...der... ...Rubel wieder rollt. Oh... Seht... ...nur... ...all... ...das Gold. Ignikulus... Lass ab. Das ist nicht unser Gold. Unser... äh... Robert hat sich auch wieder angeschlossen. Okay. Aufgabe füllt Robert in Mut. Ja, jetzt muss ich die ganzen anderen blöden Aufgaben auch noch irgendwann erledigen. Meins. 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 Und meins. Achso, jetzt geht's raus, hä? Ich wollte aber noch gerne mal reingucken noch einmal. Ob ich da nicht irgendwo hinfliegen kann? Ist nichts. Okay. Ja, weißt du was? Hä? Noch so eine. Ich muss die Viecher besiegen. Aber ich denke... Ich glaube, das waren jetzt zwei Stück, die wir bis jetzt gefunden haben. Von diesen... ...viechern... ...ist nur eine Tür. Oha. Äh. Ja, natürlich. Äh, schon wieder. Gibt hier nur so ein paar Schätze. Die Dinger sollte ich auch mal verwenden. Irgendwann. Wieso geh ich jetzt hier raus? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich hier vorne... ...vor der Tür. Nächste Aufnahme wieder. Ja. Dann würde ich sagen. Bis dann! Hallo und willkommen zurück zu... ...Child of Light. Und ich weiß gar nicht, was wir machen. Ich weiß wirklich nicht, was wir machen. Weil ich habe jetzt seit zwei Wochen schon nicht mehr gespielt. In meiner ollen Pause. Und ich will nicht mit dieser scheiß Spinne kämpfen. Nein, ich will es einfach nicht. Ich will es einfach nicht. So. Und ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen. Oder wo wir... ... schon waren. Oder so. Ja, ich... Ich glaube, wir müssen diese scheiß... ...Spinne besiegen. Ja, guck mal, die Fresse da. Ich glaube, das ist ja noch eine zweite von da hinten irgendwo. Ich glaube, wir müssen gegen die kämpfen. Ich will es nicht, aber wir müssen ja doch... Ach, sehr schön. Ja, hier. Fallregen, das ist mir gerade wurscht. Und du? Und du kannst jetzt auch was tun. Eindulln. Alle. Beschleunigen. Alle. Nein. Ja, hier. Angriff. Normal, ne? Zack. Zieh durch. Ja, die werden nicht zurückgeworfen. Was ist denn jetzt der Erste? Wer ist der Erste? Bringt mir genauso wenig wie gar nichts. Nicht so richtig. Ja, hier. Lang. Los. Unterbrochen. Natürlich. Verdingen sind hier. Zack. Erstmal da hinten auf. Auf Idioti. Ey, lass doch mal meinen, 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 meinen Robot da hinten. Was geht ab? Handeln. Titat. Was macht das? Schön, dass das nirgendwo dran steht. Titat. Was macht das? Schön, dass das nirgendwo dran steht. Behindern. Was ist das? Doppeltreffer. Schießt da zweimal Pfeil auf den Dicken da. Guck. Zack. Lass doch die blöde Ratte da in Frieden. Mein Gott. Ich weiß nicht welche. Welche ist das? Die. Das ist die. Da hilft sowieso nichts. Kack. Komm her. Robert. Bleib am Leben. Du Pfeife. Ich muss mal wieder reinkommen hier. Und dann gleich sowas. Natürlich. Alles. Fängt Robert natürlich ab. Aufhalten. Warte mal. Kann ich hier irgendwas tun? Tränke. Wende, 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 wende. Achso. Achso. Wegen Anti-Dot. Er kann das ja. Ah. Ah. Ich lebe mich tot. Wiederbeleben. Da. Belebt den alten Mäuserich wieder. Schnell. Attack. Okay, dann doch nicht. Ey, wo ist? Irgendwie fehlen mir die Sounds auf der Seite. Warum? Einlohn. Hier. Auf die Fresse dann. Gelähmt. Aufs Maul da. Ich will den da jetzt erstmal vernichten. Zack. Noch zwei. Sehr schön. Wieso sollte ich Robert gleich mal umtauschen. Ey, 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 ey. Die macht hier nochmal. Ja, versteinern. Was sonst. Einen Angriff mache ich nochmal, Robert. Und zwar Fallregen. Mach's auch nochmal hier auf den da. Mach's auch nochmal hier auf den da. Unterbrochen. Sehr geil. Komm, unterbrich den anderen Idioten auch noch. Yes. Bringt trotzdem nicht so viel, wie ich gerne hätte. So, kannst du mal wechseln hier. Gegen, gegen, gegen Rubella. Rubella. Genau. Handeln über Rumpelung. Gibt's da nicht noch was anderes? Wiederbelebung. Überrumplung. Dann ist das Stufe 2 schon. Ja, bla, komm. Da fehlt mir der Sound. Warum? Du solltest dringend mal wechseln. Mit Finn. Warum fehlt da hinten der Sound jetzt, hä? Versteh ich gar nicht. Ich hör's nicht auf meinem Ohr. Also, ich hör's nicht auf dem Kopfhörer. So, scheiße. Ich denke, die sind Feierwesen. Darum mach ich hier einen Monsoon. Achso, jetzt darf ich auch noch aussuchen, wen? Schnauze da. Das hat's ja überhaupt nicht wirklich gebracht. Nein, fliehen, bin ich bescheuert. Hier, tacke. Ey. Oh, hin. Satz. Ja, Satz. Mit einem blöden Knüppel. Hier, zack. Los, mach's hin. Hin, hab ich gesagt. Hier, Pfeifen. Ach ja, er hat ja extra Wasser... ...Steine dabei oder so. Fällt mir grad so spontan ein, dass hier... ...hier ihre komischen Wasser... ...Dingers haben. ...zack. Na, was? Ausgewicht. Du bist ein Stück Scheiße, ehrlich. What? Jetzt geht's los hier. Äh, wird sowieso nichts, oder? Oh, vielleicht doch. Äh. Äh. Kaput. Oh, Levelaufstieg. Sehr geil. Zwei Punkte. Zwei Punkte. Ein Punkt. Noch ein Punkt. Und schon wieder ein Punkt. Und ein Irgendgeschliffener. T, T, irgendwas. Gestein. Und jetzt? Jetzt kann ich nichts machen. Mal gleich noch viel wieder lesen. Wahnsinn. Ich will nicht lesen. Oh, ich dachte mir so irgendwie... Oh, verbrenne ich da dran oder so? Kann dann sein. Oh, was ist denn schönes hier? Ungeschliffene Rubin. Sehr schön. Huha. So, hier unten war ich schon mal. Die olle Schatzkammer hier, oder so. Jetzt muss ich erstmal diese andere Spinne finden. Ich weiß, dass da noch eine zweite war. Ich dachte, da wär grad was gewesen. So, spinnen die hier, spinnen die da, spinnen die dort. Und irgendwie auch nirgendwo. Halt die Fressefeuer. Achso, ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ne. Didier. Der ist so.